das das ist mir was ich bin halt recht und wenn ich bin seitdem Fabian erwähnt hat sich das jetzt auch auf 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 ohne ab ich hab jetzt noch mal ab jetzt auf aber mit wie kann ich will und hat die Ja, das ist genau das was mir passiert ist, das hat mir regelmäßig passiert. Ja, das liegt an meinem Aufsatz, Lenkernaufsatz. Ich habe jetzt 1.000 Display. Ich habe das G29 gehabt, aber es ist halt durch, ich vermute, dass da immer ein Wackelkontakt mit dem Kabel ist. Das ist einfach random und mal ausgegangen, dass ich neu gestartet. Und im Rennen ist das halt scheiße, ich habe mir so unter anderem einige mögliche Podiumsplätze weggeschmissen. Ja, aber bei mir ist es halt so, dass ich halt dann zum Beispiel für 2-3 Sekunden oder 4 je nachdem einfach nicht schalten kann. Ich kann halt lenken, ich kann brennen mit veganem Wörter, aber ich kann halt in dem Moment nicht schalten. Weißt du denn, da war es markiert? Hm. Ja. Spontan. Hör. 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 Warum? Was ist los? Hörst's. Hörst's. Oh, du bist rausgesrieben. das ist Asi das ist Asi Eigentlich hätte ich ihn auch in die scheiß Kiste aber die 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 das ist am haus ich habe noch gesehen ich habe mich richtig durchziehen können ich muss geben dass ich aber auch ein bisschen spät gecheckt hat dass wir hier noch ist ich habe das gefühl die schritte von von den freunden klingeln in dem fall kennen ich habe keinen schuss bei den türmen ist der diese drei silos die da gerade zu sind die sind da sind mindestens zwei mal kannst du mir ein geld geben ich steuere kurz runter und dann auf dem geld er drei 800 da ist der hier vorne bei dem auf dem dach ist oben noch einer scheiße selbst zu spät gecheckt dass du noch einer ist also ich gestorben sind zwei leute auf jeden fall einer auf dem dach und einer vorderhalle irgendwo ja Leute, wir haben einen Abwehr! Vorwärts! Oh nein! jawohl ein habe ich scheiße man habe ich gekriegt aber der zweite hat mich da geholt im gulag natürlich nicht gesehen doch ich bin im gulag ich hab's leider erwischt ich wieder ich habe eingetreten der zweite zeit abgelaufen ich könnte was kommt jetzt oder kommt ihr nicht die sind ja schon sehr am zocken kann ich mir vorstellen klar 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 ich habe ihn gerade von alleine ein ganzes Team gebumst und dann noch ein ganzes Team ich will immer rein immer rein Okay. ja weil ich habe gut verein geholt aber der zweite der hat mich dann geholt die waren lautet war die rechts von dir irgendwo wurde gerade im schrank stand ich bin unsicher was ich mache ich bin mir nicht mehr so 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 6 gegen habe ich weggeholen ja war nett, vor allem in der letzte gut, der letzte hat ja aber auch viel Leben gekostet ja, weil er auch immer plötzlich mit Ecke kam Level 8